Tja, Freunde, da wurden wir in der letzten Folge von so einem, ich sag jetzt mal, Ebenenboss angegriffen, in dem wir zwar mit ein paar, ja, müssen wieder ein paar Items dafür einsetzen, das Vieh klein zu kriegen, aber trotzdem haben wir einen relativ schnell Plagg gemacht, also von dem her läuft irgendwie schon gut, sag jetzt mal. Ja, und wie es weitergeht, sehen wir jetzt mit dem tückischen Wasserfall. Wie sind wir noch nicht da? Es fühlt sich, als ob wir diese Mauten für immer. Ja, es hilft, wenn du nicht aufhörst oder aufhörst. All du brauchst ist silent determination. Talking zu viel wird nur waster Energie und verbringst dich aus. Ich bin zu schwer, wenn ich aufhörst oder aufhörst, sogar wenn ich wollte. Geh, dass du nicht fallen, zumindest. Unless du willst, dass du ein Zügel's Day hast, das ist. Zügel's? Warum würden sie interessieren, ob ich nicht fallen? Wie würde du fühlst, wenn ein drei-durchsend Essen aufhörst aus dem Meer, an deinen Fuß? Zügel's? Uh, Law? Best nicht zu hören, wenn du es helfen kannst. Du nur ihn empfiehierst, wenn du es helfen kannst. Sag mir das bevor ich die nächste Woche hörte. Still, Dovolim hat ein Punkt. Ein falsch Schritt in seinen Kürtanz. Würde es nicht so großartig, wenn wir alle fliehen wie Hügel? Ich glaube, dass auch die Flüchtlinge, die nicht machen würden, würden sie zu Bissell in dieser Weise machen. Ja, ich würde sagen, da sehen wir dann, ob sie noch auf uns wartet oder bereits aufgegeben hat oder was auch immer. Aber ja, retten müssen wir sie. Um jeden Preis. Ein bisschen Pfeffer muss sein. Spaziergang, das hoffe ich ja ein bisschen. Und ich werde das Mix Gotham reformieren. Und ich werde eure Leben halt breaken. Das könnte also nicht sein müssen. Was haben wir hier noch Schönes? Aha, sehr gut. Ich habe schon so ein Viech gehört, da muss es wohl oberhalb von uns sein. Oh Gott, ey. Oh, hier scheint es endlich mal richtig weiterzugehen, okay. Äh... Hm. Und hier geht es ganz nach unten, oder wie? Hey! Aaaaaaah! Hörst du dir verrückt? Was war das für dich? Ich dachte, wir werden sterben. Ich weiß es auch nicht. Ich dachte gerade auch, vermutlich, wenn es gleich im OBA gibt. Es ist einfach so, dass es ein bisschen Zeit dauert. Das ist nicht das Problem, hier. Wir sind, wir sind zu weit entfernen, nicht wahr? Du musst nur aufhören, Wrenwell. Positive Gedanken ist alles. Das ist ein bisschen zu sehen. Aber ja, ich war mir eigentlich schon relativ sicher, dass es safe ist. Also im Prinzip kann man auch angefangen haben zu schrien. Also, Lore und Wrenwell und so, da hatten wir, okay, gut, dann gehört es wohl ein bisschen dazu. Sag mal, wie hoch geht es eigentlich noch? Boah, zehn Jahre später, da ist ganz dickig durch, super. Da hat er gelohnt, so. Mehr trainieren, die ist gut. So you aren't me, do you? Here go! Not in your dreams! Swallow dance! Hurricane Slut! Cheating fall right now! Hurricane Slut! You picked the wrong fight! Hurricane Slut! Make it rain! Take this! I'll stop your movement! And I'll stop your life! And done! Let's keep up the pace! In a bind! Your pass! Hurricane Slut! This one is mine! Don't mind if I do! One more! Hurricane Slut! I got it! Hurricane Slut! This one is yours! And then it heals us too! You'll soon see about that! I got it! Hurricane Slut! Hurricane Slut! I got it! All yours, Tisara! Uaaaahhhhhhhhhhh! We did it! Hm. Hm. I never had a doubt. Mh, merke ich. Du 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 duu. So, äh, ok, was ich jetzt rüber habe, oben neben der Ausgang, ok, ein Armee vom Viechhorn. Okay, hier langs nichts mehr. Und wieder mal ein neuer Move. Oh, da hatten wir noch nie. Doppelte Himmelsschweib oder wie sie hieß. Wieder einmal. Trommeln des Meisters. Hier ist Geschichte in der Luft. Hier war es oder wie? Nee, hä? Ach so. Das muss schon sowas sein. Hä? Ist doch sowas. Oder... Nee, Outfits kann es nicht sein. Das passt irgendwie... Das Ding gar nicht. Äh, Gegnerinfo? Nee, warte mal. Ah, hier. Doof. Kampfpunkteboost. Ah, ok. Oh ne, schon wieder runter. Gut, dann jetzt weiter mit der Story, sieht es so aus, wa? Das ist so aus. Oh ne, schon wieder runter. Oh ne, schon wieder runter. Paros. Land des Nichts. Was? Das ist doch viel. Was? Wir haben uns gelesen. Wir haben den Topf des Mäns. Oh, schon mal. Meine Knie singen symphonie hier. Schau, da ist es. Das ist es. Das ist Peligen. 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 Das ist das, was Siehen ist? Das ist wahrscheinlich. Das ist das, was ich sagte. Peligen ist immer unser bester Weg. Das ist es, das wir gehen. Das ist das, was wir gehen. Das ist das, was wir gehen. Das ist das, was wir gehen. Nein? Nein. In der Angelegenheit, Gannath-Harros bedeutet Fortress of Nott. Doch ich habe nicht gesehen, was dieser Nugget of Trivia hat. Ich glaube, ich dachte, dass du vielleicht etwas haben, was wir nutzen können. Seit Vol'ron wurde Lord, der einzige Grund für dieses Reich ist, ist seine Schraubung der Secrecie. Das ist Vol'ron's stronghold. Alles ist incidental. Das ist eine Art und Weise. Das ist nicht, dass du nicht zu viel interessiert bist. Das ist eine Art und Weise. Das ist die Frage, wie sind wir all of uns in den Garten, genau? Es ist nicht so, dass es keine secreten Passagen gibt. Wir haben also so weit, wenn es keine andere Weg gibt, dann muss ich nur noch die Vorlage benutzen. Vol'ron uns gesagt hat, dass er ihn erwartet. Das bedeutet, dass er uns erwartet. Ich bin der Wettbewerb. Wettbewerb oder nicht? Das Ort hat eine sehr interessante Atmosphäre. Ich würde mich in eine Dippe nehmen, wenn die Situation besser wären. Entschuldigung, aber wir müssen nach oben durch. Shion ist wunderviert. Ja, ich höre dich. Ahsoke kann wundervieren. Ich hoffe, dass nichts Schlecht passiert mit Shion. Geh die Gedanken an dich selbst, Rynwell. Jeder ist sehr nervös, wie es ist. Entschuldigung. Es ist einfach... Ich kann mich nicht mehr überdenken. Was ist das, was Voron wollte mit ihr? Entschuldigung, was er gesagt hat, in Allmaidria. Es scheint sein Hauptpunkt ist Alphen. Doch es ist wahrscheinlich, dass er nicht vergessen, den blöden, die er in der Hand hat. Das könnte sogar auch sein, was erinnert hat. Ja. Sie sehen, wie er reagiert hat? Es war so, wie er er in jedem Moment hat. Auch sein Schlecht bei Shion. Dieser Mann ist einfach schrecklich. Ich hoffe, dass er seine Verrückte tendenziert hat. W-Law? Nicht sagen solche Dinge! Es ist nicht so, dass wir nicht alle denken. Das ist noch keine Grund, dass... Okay, ihr zwei. Das ist bereits genug. Alphen sollte nicht gritt sein, während er dich hört. Oh. Sorry. Ja, ich glaube, die müssen nichts hinzuzufügen. Ist wieder so einer. Wieder kaum neue Waffen plötzlich haben. Ähm. Er war gewundert. Ah, warte mal. Habe ich vielleicht etwas Neues für das Zubehör? Ich weiß ohne, es ist neu. Geht immer noch nicht. Habe ich irgendwie... Stufe 4 Dinger? Ne, noch nicht. Neue Stufe 4 Dinger? Leider nicht. So, ausruhen. Ja, man weiß nie, was nachher passiert. Also insofern... Ich schwöre, ich habe das Kastel schon mal gesehen. Du bist richtig. Ich erinnere mich, dass ich es von den Cliffs in Calaglia gesehen habe. Auf dem Seat. Du meinst das Kastel von Bullrons? Ja, das muss es sein. Geografisch macht es Sinn. Es ist sicherlich groß genug, um von außen zu sehen. Damals hatte ich Xion und Zephyr mit mir. Wir haben nicht Xion verloren. Wir können sie trotzdem zurückkommen, du weißt. Das stimmt. Ich lasse nicht Volrons von uns wegnehmen. Sie sind jetzt echt schon einmal quasi um die Welt marschiert. Also zumindest um Dana herum. Macht irgendwie Sinn. So, ich habe den Erfahrungsboost noch drauf, also lasse ich es mal noch. Äh... Quatsch mit Dolim schon wieder. Ne, mit Rinwell diesmal. Rinnwell. Mind if we chat a little? You're still awake? I've always been something of a night owl. Ever since back when I was someone's property. Turning in for the night only made the next day come quicker. I wasn't in any great rush. Uh... Sorry. What about yourself? Go to share something from before I knew you? You were part of a mage clan, right? Must have been handy being able to rely on magic for everything. Hardly. Hardly. In fact, not at all. Magic's not so special when you're not allowed to use it. Always scared of who might be watching? Right. Sorry about that. I guess I've read too many fairy tales. We were still made to study it every day. It doesn't make any sense if you think about it. Studying the very thing you're being persecuted for. But that's what we did. Just like our parents and their parents before them. Honestly, I don't even know how far back it goes. If memory serves, mages have been the stuff of legend for ages. Even as far back as three centuries ago, they were myths. Your people were persecuted even before the Renans got here. Yeah. The more I think about it, the less it makes sense though. I mean, it was astral arts that let the Renans dominate Dana, right? Why didn't mages end up being the rulers of Dana then? Maybe they tried, but they just didn't have the numbers. Or maybe domination just wasn't something they were interested in. Have you ever considered it might have been something like that? I guess I haven't. I wonder why magic alone attracted the attention it did. Swords can be just as lethal in the right hands. Why not ban them? My best guess? Swordsmanship can be learned by anyone. Magic's more of an exclusive club. So, you either have the gift or you don't. When something's not easily obtainable, it's hard to comprehend. People are scared of what they don't understand. And fear leads to persecution. So the problem's not magic. It could just as easily have been anything. Yeah. Night everyone. That's all. I'm not gonna help. I have no feeling so bad if I just tried to get on my feet. Alfin? She's the one that's kept us on track. She picked me up when I was down. Sure. Tja, das dachte ich auch. Aber es kriegen wir schon noch hin. So, ein paar Waren oder Steine hier, dann haben wir wieder so ein paar Viecher. Und jetzt glaube ich nichts, wir sitzen so aus, ja genau. Okay, können wir uns sogar wieder ausruhen, also mhm, ja. Okay, okay, dann ist der Jusus reich, ich frage mich ja warum. Okay, ein paar Minuten noch für ein paar Zugles. Ja, ich frage mich, ich frage mich. Ja, der Herrscher macht schon viel Damage. Aber das soll ich auch so sagen. So, das haben wir jetzt auch noch. Oh, ein Stuhe 4, okay. Kristall. Dementsprechend kommen wir eigentlich nachher oder später, oder wenn wir das nächste Mal Zubehör bauen. Oder herstellen. Und stecken ein Kriegenblem für Elfen machen. Ich gehe nochmal nach hier rüber. Elfen, was los? Die tiefen Seufzer immer. Oh, Elektroviecher im Wasser. Ja, da ist natürlich auch klug da anzugreifen. Und das war's. Wow! Schau, was ich gerade gefunden habe. Ich gehe jetzt hier noch hin. Das war ja kein anderes Teilgebiet da. Äh, sind die Fragen, mache ich erstmal hier noch alles fertig. Ich glaube, da war noch irgendwas Kleines im Wasser, genau. Wo ich lähe mich? Wo ich brauche... in die Zeit in die Zeit, ja. Bloß ein Feier, was ich dassel? Geh, nennst du jetzt! Geh, nennst du jetzt! Ja, geht raus! Ich hab hier, ein Leiter! Der 너. Tschüss. Warte, dich. Warte, diese Zubehörmick. Hör auf. Und jetzt gar nicht. Die, also wieder. Hier. Oh, ich bin, der. Oh ist er kaputt? Geht immer so schnell kaputt Leute. So, das auch. Da unten war ich da auch schon komplett? Ne, glaube ich nicht, wahr? Ich will noch ein paar Viecher. Ja, ich glaube nehmen wir noch mit von dem nächsten Part. Geben da rechts mal die Treppe hoch und gucken mal was denn dort so abgeht. Das ist ein Schuss. Das ist Schuss. Lightning Tiger Blade. Das ist das. sehr gut 33, es läuft, es läuft wir kommen voran und sobald die Level 40 sind, geht es zurück zum wahren M-Boss, am Anfangsgebiet, das ist seltsam ein Heuschrecken, ich glaube dann wage ich es nochmal, in das Viech, also man sieht schon sehr viel Wasser, es fehlt nochmal schwarzer Fleck da, aber ok, äh, ja, ansonsten gehe ich doch mal ganz kurz hier hoch, damit ich in den nächsten, oh gut, ich hätte auch davor stehen bleiben können, stimmt, eigentlich, dann oben durch den Abschnitt nach dem nächsten Abschnitt nach, genau, komm, dann was soll ich glaube hier stehen, dann weiss ich in der nächsten Folge, dass ich da hoch muss, und dann sage ich in der nächsten wieder mal, viel auf das Zusehen, bis zum nächsten Mal zurück, bei Tilt for Rise, und dann, hoffentlich bald schon mal in die Stadt gelangen und, mal gucken, ob wir wohlwannen auszuführen, ob wir, oder bereits, äh, eine gute Freundin befreien wollen, Schionen, oder was auch immer dann passieren wird, Mann o Mann, bis dahin, tschau zäme! Schönen, bis zum nächsten Mal, 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 bis zum